Mehr Chancen durch mehr Freiheit. Das steht im Zentrum unseres Leitbildes. Das ist das Versprechen der Freien Demokraten an die Menschen und das ist zugleich der Anspruch an unsere eigene Arbeit. Unser Leitbild haben wir im Jahr 2015 beschlossen. Zuvor haben wir fast ein Jahr mit vielen Parteifreunden auf unzähligen Veranstaltungen, auch mit vielen Experten und Wissenschaftlern, Praktikern aus unterschiedlichen Bereichen des Lebens diskutiert. Was ist die Quelle der Überzeugung einer liberalen Partei? Was sind unsere Antworten auf die Fragen von Gegenwart und Zukunft? Was soll unsere Identität ausmachen? Mehr Chancen durch mehr Freiheit. Das war die Kurzform. Das war und ist unser politischer Kompass. Fünf Jahre ist dieser Leitbildprozess her. Viel hat sich seitdem verändert. Viele Erfolge haben wir erzielt, aber wir haben uns verändert. Es hat sich das Leben verändert, unser Land. Es haben sich die großen Fragen, die großen Menschheitsherausforderungen neu und dringlicher gezeigt. Und aus diesem Grund war es notwendig und sinnvoll, nach fünf Jahren unser Leitbild noch einmal anzusehen und zu schauen, wo kann, wo muss und wo sollte es verändert werden. Seit Beginn dieses Jahres haben wir miteinander gesprochen. Es haben sich über 19.000 Parteifreundinnen und Parteifreunde beteiligt. Wir haben mit Bürgerinnen und Bürgern gesprochen, die noch nicht den Freien Demokraten angehören oder die vielleicht sogar in einem gewissen Widerspruch zu unserer Politik stehen. Wir wollten wissen, was sind heute die Fragen, die sich stellen und sind unsere Antworten noch zeitgemäß. Und ich freue mich sehr, dass wir am vergangenen Montag im Bundesvorstand ein Update, keine Umwälzung, aber ein Update unseres Leitbildes beschlossen haben. Unverändert im Zentrum steht mehr Chancen durch mehr Freiheit. Das ist unser Leitversprechen. Lust auf Fortschritt, Liebe zur Freiheit, faire Spielregeln, aber eben geschärft Verantwortung für die Zukunft. Das ist uns wichtig. Und aus dem, was uns wichtig ist, ergeben sich auch unsere politischen Aufträge. Weltbeste Bildung für jeden, Vorankommen durch eigene Leistung, die Selbstbestimmung in allen Lebenslagen, Freiheit und Menschenrechte, für die wir uns weltweit einsetzen, eine Politik, die rechnen kann. Und das ist der neue Akzent Nachhaltigkeit durch Innovation. Und zwar ökonomisch wie ökologisch. Mit diesem Leitbild sind wir auf der Höhe der Zeit. Wir haben nach fünf Jahren eine Schärfung vorgenommen in den Bereichen, bei denen wir vor fünf Jahren noch nicht die Entwicklungen in der Weise gesehen haben, wie sie uns heute dringlich erscheinen. Mit dem Beschluss eines neuen Leitbildes ist natürlich der politische Prozess nicht zu Ende, sondern er steht am Beginn. Wir wollen nun mit Ihnen allen, auch mit der Öffentlichkeit, darüber sprechen, diskutieren, es vorstellen und dann auf der Basis dieses neuen Leitbildes die nächsten Jahre planen. Und als wichtigste Etappe steht natürlich der Beschluss eines Bundestagswahlprogramms und dann die Gestaltung einer Bundestagswahl daran anschließend an. Denn wir wollen Verantwortung übernehmen für dieses Land. Wir wollen in diesem neuen Jahrzehnt auch für die Bundesrepublik Deutschland, für unsere Gesellschaft neue politische Projekte definieren. Dem dient das Leitbild der Freien Demokraten. Es bestimmt den Kurs, auf den wir uns als Partei begeben und mit dem wir uns einbringen in die politische Gestaltungsdebatte in unserem Land. Und deshalb lade ich Sie sehr herzlich ein, beteiligen Sie sich daran, dieses Leitbild nun mit Leben zu füllen, im politischen Alltag, mit Substanz zu füllen, in der weiteren programmatischen Entwicklung unserer Partei.